Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Lernvideo. Dieses Lernvideo dreht sich um das Thema Gliedmassenskelett. Wir werden einmal die drei Untereinheiten des menschlichen Skeletts wiederholen und dann werden wir die Bestandteile und den Aufbau und die Funktion des Gliedmassenskeletts durchgehen. Fangen wir einmal an mit der Wiederholung der Untereinheiten des menschlichen Skeletts. Wir haben hier einmal das Kopfskelett, das auch Schädel genannt wird, dann einmal das Rumpfskelett und schließlich das Gliedmassenskelett, um das es heute gehen wird. Ja, wie gerade schon gesagt, wir schauen uns die Bestandteile an und die Funktionen und eben auch den Aufbau, was ja zu den Bestandteilen gehört. Ja, fangen wir einmal an. Das Gliedmassenskelett, das kann man in einen oberen Teil und einen unteren Teil trennen. Und zwar haben wir einmal die Arme, also das Armskelett plus die Schulter oder den Schultergürtel, die gehören zum oberen Teil des Gliedmassenskeletts und einmal das Becken und die Beine bzw. das Beinskelett, das gehört zum unteren Teil des Gliedmassenskeletts. Gehen wir das einmal von vornherein durch. Fangen wir an mit dem oberen Teil des Gliedmassenskeletts. Wie gerade schon gesagt, Knochen des Schultergürtels gehören dazu und das Armskelett zum Knochen des Schultergürtels oder zu den Knochen des Schultergürtels gehören das Schlüsselbein, das Schultereck und das Schulterblatt. Und hier in Klammern gesetzt, setzt der obere Teil des Oberarmknochens an, der aber nicht Teil des Schultergürtels ist, sondern das Armskelett, aber eben mit dem einhergeht und da eine Verbindung besteht. Und den Schultergürtel kann man einmal in einen vorderen und einen hinteren Teil einteilen, wobei Schlüsselbein und Schultereck den vorderen Teil bilden und den hinteren Teil bildet das Schulterblatt. Kommen wir zu den Funktionen des Schultergürtels. Sie stellen die Verbindung zwischen dem Arm und dem Rumpfskelett her und das Schlüsselbein ist zugleich eine Ansatzstelle für viele Muskeln. Kommen wir zum Armskelett. Das Armskelett besteht aus dem Oberarm, Elle und Speiche und den Handknochen. Zu den Handknochen gehören Handwurzelknochen, die Mittelhandknochen und die Fingerknochen. Kommen wir auch schon zu den Funktionen des Armskeletts. Das balanciert unsere Körpermitte aus, dass wir aufrecht gehen können. Dafür ist ja ein anderer Teil unseres Körpers verantwortlich, aber die Arme, die balancieren uns eben aus, dass wir nicht umfallen. Und die Arme sind natürlich auch, vor allem mit den Handknochen, für das Greifen und Heben von Gegenständen verantwortlich. Kommen wir schon zum unteren Teil des Gliedmassenskeletts. Gliedmassenskeletts, dazu gehören die Knochen des Beckens und das Beinskelett. Zu den Knochen des Beckens gehören einmal der Beckenkamm, das Darmbein, das Schambein und das Steiß- und Kreuzbein, die aber Teil der Wirbelsäule sind, aber quasi innen des Becken verankert sind. Und auch wieder hier in Klammern geschrieben, der obere Teil des Oberschenkelknochens. Da besteht wieder so eine Verbindung, aber der Oberschenkelknochen ist nicht Teil des Beckens. Kommen wir dann schon zu den Funktionen des Beckens. Es verbindet eben die Wirbelsäule mit den unteren Gliedmassen, eben weil Steiß- und Kreuzband im Becken eingelassen sind. Es dient der Stabilität und dem aufrechten Gang. Und es ist natürlich auch für die Beweglichkeit der Beine verantwortlich, dass wir unsere Beine nach vorne und zurück bewegen können. Zum Beinskelett gehören Oberschenkelknochen, das Schien- und Wadenbein, die quasi den Unterschenkelknochen bilden, die Kniescheibe und schließlich noch die Fußknochen. Die Fußknochen bestehen aus den Fußwurzelknochen, den Mittelfußknochen und den Zehen. Kommen wir auch schon zur Funktion. Das Beinskelett funktioniert als Stütze für unseren Körper, dass wir feststehen können. Und durch den Bau können wir uns eben auch bewegen. Also durch den Bau des Beinskeletts, das das Bein nicht aus einem Stück besteht, sondern aus einem Unterschenkel, einem Oberschenkel und einer Kniescheibe, die die Bewegung ermöglicht. Und den Gelenken, die unten zwischen Unterschenkel und Fuß liegen, ermöglicht das eben unsere Fortbewegung. Genau. Ja, da wären wir schon am Ende dieses Themas. Du kannst gerne dein Wissen jetzt in den Übungsaufgaben testen. Dabei wünsche ich dir viel Erfolg und Spaß. Wir werden uns in einem neuen Lernvideo sehen. Bis bald.